Ich weiß nicht, ob ich emotional darauf vorbereitet wäre, keine Sternen zu bekommen. Ich werde fünf spannende Köche und Köchinnen kennenlernen. Ich werde in ihre kulinarische Welt eintauchen. Ich werde sie begleiten, wenn sie davon träumen, ihren ersten oder sogar ihren zweiten Stern zu erkochen. Für mich gibt es nichts Größeres wie diesen Stern. Das absolute Nonplusultra. Gleichzustellen mit dem Oscar. Entscheidet über gute Zahlen oder sensationelle Zahlen. Es ist ein absolut hoher Druck, der auf einem lastet. Jeder Teller kann darüber entscheiden, ob du drei Sterne oder gar keinen hast. Nicht diskutieren, mach das jetzt fertig. Das ist Nervenkitzel pur. Das darf nie wieder passieren. Ein absolut nicht perfekter Teller. Mach doch deinen scheiß Maul auf und red mit uns. Der Rest des Tellers hat sich mir aber überhaupt nicht erschlossen. Du willst das mit aller Macht. Ich darf sie nicht vergeben, aber es würde mich wundern, wenn er nicht zwei Sterne kriegt. Hier sind sie. Die Sternerestaurants. Ohne Sternen gehen die Lichter relativ schnell aus. Das sch rates penal. Ja. Das ist Warum? Eins legitimacy.